Wiesen.tv, powered by Swissconcept, präsentiert Barry Werkmeister. Jetzt mitmachen und Wiesen.tv Vespa gewinnen. Falten glätten, Haare färben und das Bügeleisen legen. Viele Möglichkeiten gäbe es, gell? Werkmeister runterneuern. Ja, dann haben wir 16 Wiesentage, die spürt man halt, gell? Und, ähm, ich mag nicht mehr. Nein. Ich suche jetzt, und ich nehm das jetzt ganz einfach. Ich suche jetzt einen Nachwuchs-Moderator. Barry sucht den nächsten Wiesen-Moderator. Oder Moderatorin. Da bin ich jetzt nicht so geschleckert. Also der war doch schon mal der Hit, oder? Jetzt kann man endlich einmal all die angehen, die sonst immer uns stören. Hey, du, da, Fernsehen. Du, Moderator. Ja, natürlich. Ja, machst du. Ja, wo kommst du her? Ja, ich trinke Bier. Versehen. Trinken. Very. Good. Bier. Grüß dich. Servus. Ich mag nicht mehr. Mach du weiter. Ja, super. Hallo. Was spielen wir? Äh. Ja, äh, keine Ahnung. Äh, was soll ich denn sagen? Mach du mein Job. Ich mag nicht mehr. Hast du keine Lust mehr, oder? Nach 16, na, war ich jetzt aber nicht so einverstanden. Wo sehen wir uns? Also dann, wünsche ich euch einen schönen Tag. Jetzt stehe ich da mit meinem Gesicht. Und ohne Frau. Alles 40, wenn ich schon regelndenkei war. Wir werden jetzt nicht irgendjemand interviewen, oder? Wenn wir die junge Däume fragen, wo es herkommt. Aus München. Aus München, ja wirklich. Wirklich? Mit so einem Fashion-Titel. Und heute am letzten Tag auf der Wiesn. Wunderbar. Gut amüsiert. Ab ins Weinze. Ab ins Weinze. Ja, da hast du viel Vergnügen. Was gehabt, mein Name ist, ich bin der Bäre von, bin ich denn? Von München TV, bin ich. Äh, ich wollte schon längst einmal, ich wollte schon längst einmal einen Wiesnwirt, äh, einen Wickerl Hagen, und wollte die interviewen und fragen, wie es ihm so geht, wie er das Ganze so macht. Vor allen Dingen, wie er das schafft mit 200 Bedienungen, dass er den Weiber alle her wird. Äh, Wickerl, wie machst du das? Sag uns das einmal. Viel Streicheleinheiten. Jeden Morgen einen warmen Tee. Äh, Wickelumschläge auf die Nacht, und, äh, das andere sag ich dir nicht, was danach passiert. Ob er das wird, oder irgendeiner von den anderen, oder sie vielleicht selber, oder ihr da daheim, einfach bewerben. www.wiesn.tv Wir suchen den Wiesnmoderator. Aber wird bleibe ich, ich will es sagen. Ja, und ich gebe zurück auf den Pore. Tschüss.